Ah, das ist nah D, Vega, ist das übrigens, ne? Oh, der hat 300.000 Punkte. Ach, Vega? Mhm. Geht ja noch. 300.000? Uli ist es trotzdem der von jetzt 2. Der Woli-Wert hat 0, ne? Also Tan, wenn du oben verlierst, ich weiß ja nicht, ist sein first game als Woli. Hä, wurde ich gekämmt? Ja. Außerdem ist das... Smurf. Weißt du doch gar nicht. Herr, der Woli-Wert ist auf Level 69. Meinst du, das ist kein Smurf? Er hat noch nie Woli-Wert gespielt, wahrscheinlich. Auf diesem Account? Das sagst du. Das sind jetzt Behauptungen. Was denn? Unser Dr. Mick ist Level 1. Ja. Also wenn das kein Smurf ist... Ich frag, du bist auch ein Zilean-Fan, oder? Geht, nee, eigentlich nicht. Geht. Geht, wieso? Jetzt wird's Wissen, ne? Jetzt wird's Wissen. Auf der Dreier ist er stark. Echt? Finde ich, ja. Ja. Slow-Doppel-Bombe. Ulti ist halt stark. Die Ulti ist der einzige Grund, warum man den so spielen sollte. Ja, schon eher so geil. Slow-Doppel-Bombe ist ja auch voll schwer zu treffen. Ja, es geht. Soll ich Machete starten, oder starte ich das andere, Alter? Mit ihr? Ja. Ich mit. Eigentlich muss ich Machete, weil ich hab nicht so viele Spells. Ja. Du hast verdorben. Du brauchst halt andauernd deinen W, ne? Aber... Andauernd ist 10 Sekunden Cooldown, Alter. Ja. Doch fast andauernd. Egal. Egal, sie hat das, glaub ich, noch nie gespielt. Erstmal Spells testen. Erstmal Spells testen. Wie heißt die überhaupt? Man sieht den Namen gar nicht mehr, ey. El-ron-pe-cullo. El-ron-pe-cullo, ja. Ja, ich glaub, er hat das noch nie gespielt. Scheiße. Aber dieser Spell ist voll geil, Mann, dass man nur einfach so kontrollieren kann. Wenn man denkt, ach, fuck, verfehlt, dann... Ach, fuck, ey, ich dreh einfach die Maus kurz andersrum. Hahaha. Aber ich schwör, diese Sound-Effekte von ihr sind so cancer, ne? Gert's schon... Ja, was hat das für'n Cool-Guard? Lärvig. Gar keinen. Gar keinen, gar keinen Cool-Guard. Und was bringt das Switch? Ja, dass du auf andauernd Maid bist, oder wie das Maid auf dem machen kannst. Ja, wenn... 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 Ich... verriert dann, dass ich abholen kann. Ich freu mich so gar nicht auf den, ey. Das macht die auf meinen Kopf, Alter. Kann das richtig Auto-Tag machen können. Ach, du Huch, ey. Oh, ist der Anfangstest langsam, ey. Ja, die ist... die ganze Zeit einfach nur AFK auf meinem Kopf, die Schlampe. Kann man was machen? Ja, die ist... die ganze Zeit einfach nur AFK auf meinem Kopf, die Schlampe. Ich hasse euch Leute, die sowas machen, ne? Ja, ne? Und dabei Pizza essen, oder so. Ja. Das ist die Höhe, ne? Das ist die Höhe, ne? Und sich dann beschweren, dass... dass... der ADC nicht so krass ist. In den Gaming. Normalerweise ziemlich krass, aber halt nicht in den Gaming krass gewesen ist. Ja. Oh Gott, Raptoren zu stark. Oh, was? Ey, es kann doch nicht sein, dass ich... hier jedes Mal rumfeed, ey. Oh Gott. Voll nervig. Oh, helf mir! Helf mir! Ich bin doch selber fast tot. Hier! Gern geschehen. Oh Gott, ey. Ich wusste, dass er hierher kommen wollte. Du ekelhaftest Mist, verpiss dich. Aber die Botzeit-Krampe gibt mich ihm trotzdem nicht. Was? Keine Sorge. Gott, ey! Das ist nervig. O. Hey Karim geht, ist bei einer Krabbe. Wahrscheinlich mal eine Golems gemacht Hättest du immer auch kurz checken können, wenn ich dann Sehr sehr lieb gewesen Sag das Weiß ich nicht, ob die ab sind, die Scheiße hier Not sich das Wort jetzt hoch zu gehen Hinter die Zacharym Mann Fickt euch doch, ey Hast du noch Teleport? Nein Diese Juni ist gar nicht so schlecht, ey Besser als sie die vorhin hatten Ein Team meinst du? Ich habe nur eine Oh Oh Ey, wieso hat der Effekt Ja Ist doch Warte, ey Ich dachte, du guckst ein bisschen drauf Ich bin am Farm, Digga Jetzt bin ich so behind im Jungle Der ist Level 5, Mann Aber 6 wahrscheinlich schon gleich Man muss ja Ich weiß nicht, aber Ich mache das Das Ich mache das Ich komme Ach, dass ich mich Ja Ich habe deine Wohli fehlt immer nur Fager ist auch weg Oh 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 Hey Herr Karimette? Herr Karimette. Herr Karim geht zum Red. Ja. Sehr wahrscheinlich. Kranau-Pund hat offen. Nein, ich erkenne ihn nicht! Oh man! Hat er geholtert in der Mitte, weißt du was? Mh, nee, hat er nicht. Die haben unten auf jeden Fall der Ward. Na, ich komm runter, aber ich weiß nicht, ob ich sie schaffe oder ich sei dich. Nein! Fuck. Ey Adi, hier ist... Der Hacker. Ja, ich könnte... Das ist so eine Scheiße, dass die Flashes hatten, man. Aber ich könnte Bushen jetzt und Infernal machen, oder? Ich weiß es nicht, Mann. Kein Mana mehr. Ja, aber... Das müsste ja nicht gehen. I don't care, Alter. Oh Gott! Wie trifft die das denn, ey? Schrapp, Jeff, ey. Ey, die Potten hier, die Potten hier, die Potten hier. Ja, aber schnell, 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 schnell. Ich hab keinen TP. Boah, der killt euch beiden, ey. Mach schnell, mach schnell! Boah, gut. Nice Ulti, Alter. Pass auf, da kommt noch Dings. Alter! Ja, ist ja sehr gut. Ey, die Silien Ulti, der war sehr nice. Ich weiß, ich bin ja auch Pro. Das war schon. Hattest du mir richtig den Arsch gerettet. Aber ich musste den Infernal securen. Na, das war gut, Wack. Ich lobe dich. Ihr müsst mich nicht loben, ich bin froh. Ich fühle dich gelobt, Wack. Okay, dankeschön. Ich nehm's an, aber... War schon gut, ihr war schon richtig nice. Alter! Jetzt will ihr es sagen! Ja, jetzt will ihr es sagen, ich bin zu heftig und so. Oh, ne. Oh, Digga, das wird jetzt schmecken, Alter. Ich hab so viel Farben da unten. Puh, kann sollte jetzt auch relativ erholt sein. Ja, ja. Ich hab das auch so gemacht, dass ihr den Shutdown kriegt auf Woli. Ah, ah, ich verstehe, ich verstehe. Eigentlich voll gut von dir, dass du soweit denkst, ne? Ja. Andere würden das nicht machen. Die würden denken, das wäre ein Feed gewesen. Das ist doch kein Feed. Weißt du, ich find das auch sehr selbstlos von dir, dass du einfach denkst, das ist doch scheißegal, ich feed jetzt ein bisschen rein, damit er Shutdown kriegt und dann kriegen meine Teammates den Shutdown. Ja. Sehr seltsam. Ich arbeite fürs Late Game. Altruismus in der reinsten Form. Ey, Jungs, bitte viel, ne? Haben wir überhaupt Schaden für den da umzukehlen? Sonst zau ich wieder ab. Weiß ich nicht, der ist ziemlich gefeedelt. Weiß ich nicht, wir müssen auf jeden Fall Vaker ein-, zweimal Shutdown hier. Hier war einer am Herald-Schrein. Hey! Bin da! Aber der andere ist auch da, ne? Der andere ist auch da, ne? Der andere ist auch da. Alter Schwede, Mann. Ah! Mir hingegen. Er hat ne Ulti, notfalls Ulti. Er holte mich! Sauber. Ich kann einen einfach erledigen. Komm, let's go! Ah, scheiße! Nein, okay. Ey, er ist in unserem Wald! Nico ist hinter mir! Oh Gott! Er ist nicht mehr in unserem Wald. Oh Gott, ey! Geh! Joah! Man, dieses scheiße zwei Tanks, Alter. Ich weiß nicht, was ich wo sie machen soll. Oh, die Alte ist Krebs, ey, ich sag's dir, Mann. Heil, Wappi, was war das? Oh, echt krass? Ich bin hier unten. Hätte vielleicht nicht kommen sollen. Scheiße, ich hab ja Flasch, doch ich hab Flasch. Hecker ist beim Red. Deren? Ja. Wully ist weg. Was macht die Hure denn hier? Sie soll sich verpissen. War doch weg. Wully ist weg, irgendwie. Hatte ich nicht verdient. Wurzeln. 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 wäre eine Option. Ich glaube nicht Mitte, also versuchen zumindest. Oh, Hacker ist hier. Ich bin da, ich bin da. Oh, ich bin tot. Oh, Gott. Es ist geslowed. Oh, stimmt nicht. Ich habe keine Ulti mehr. Rakan, Rakan. Rakan, Rakan. Jetzt Sonya ist geused. Ey, ich verpiss doch, ich Rakan. Wie gesagt, die das überlebt, ey. Jetzt Sonya ist geused. Ey, da sind die unterwegs, ne? Das Problem, ich kann... Oh, hinter mir! Komm, 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 komm. Konsumiert. Oh, komm. Dieser Mixer war zu schnell, ey. Kein Flash mehr gehabt. Alles gut. Oh, Mann. Fucking Hacker im Alter. Hacker geht runter zum Krabe und macht gleich den Krabe her. Oder er... Ja, ich glaube, er wird durch die Unterdrückung direkt gleich. Ja, er ist gleich da. Das hat doch schon mal eine Kappe dran. Oh, Gott. Oh, was hat die denn alles, Mann? Vega hat kein Flash mehr. Hätet, äh... Hourglass, dann hat die Slow, dann hat die... Ulti. ...Stun, dann hat die noch die Ulti, dann kann die sich noch... Was für ein Drecksjam. Also Top fehlt schon seit einer Weile. Und hat auch einen Shutdown Gold. Wieder. Oh, das ist gut. Pott fehlt. Ich versuche, Mitte zu kommen. Hey, der Pott ist tot. Komm, der Pott ist tot. Ist tot, ist tot, ist tot. Ach so? Gut, schau. Ja, ich bin tot. Ohne Witz habe ich echt nichts zu besuchen. Es hat zu viel Action für mein Gehirn. Polly, wer ist bei uns? Na egal. Ich versuche runterzukommen, aber ich habe nicht gewartet alles da. Ich bin da! 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 Oh, Gott. Ich bin da, Jungs! Verpiss dich! Kann die Bär jetzt immer noch hier? Kann den Drake nicht so richtig machen. Pass auf, Hacker ist immer auch unten, ne? Ja, ich bin da. Bisschen mit Bedenken. Oh, Gott. Ich dachte, er ist unten. Voli Bär ist unten. Voli Bär ist unten. Voli Bär ist unten. Überlebst du? Oh, Gott. Lauf weiter! Ich versuche den gegenzulaufen, wenn er weiter rennt. Ja, ich habe noch alles. Ich bin fast bei dir. Ich bin fast bei dir. Wir können ihn theoretisch auch töten dann. Wenn er weiterkommt, macht er nicht, ne? Aber er ist hier bei der Krabbe. Wir können eventuell hier. Oh, Nico kommt. No! Ich komme da nicht mehr hinterher, ne? Ja, ich habe es gesehen. Hast du gefühlt, Voli Bär? Pass auf, ne? Hast du einen Voli Bär gesehen, Alter? Der ist... Der Lappen ist immer noch hier. Ey, er ist immer noch hier, Mann. Wer? Ja. Oh, es geht... Oh mein Gott, kommen wir gegen Opfer. Der Voli Bär. Oh Gott, ich habe das nicht hingekriegt. Alles gut. Aber danke für den Versuch. Ja, meine Fläche ist weg. Ach, so eine Scheiße, ey. Dass sie noch so lange im Busch gewartet hat. So ein Dreck. Perkir könnte von hinten nach hoch kommen eigentlich, ne? Also pass auf. Ja. Boah. Oh Gott, oben. Ja, ich gehe. Komm von der Seite. Komm von hinten. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin gleich da. Ich bin da. So. Ja, du, du. Oh, Alter. Oh, Alter. Holy shit, ich bin gut, Mann. Ja... Shutdown Gold ist wieder runter, also... Lohnt sich nicht mehr, ne? Ich arbeite daran, es wieder aufzubauen Hey, Bug, geh mal, Botlane, ich hab den Tower schon, ich hol den mitgekauft Ah, okay, okay, okay Okay Das ist okay Den kaufen Egal, es ist jetzt nur mitgekauft Oh, es fehlt Ey, die haben keine FAMS BOOM Komm bitte, ich komm bitte, ich komm bitte Niko fehlt immer noch Ich weiß jetzt nicht, wie er hier unten hinkommen wird, ne? Keiner da Wollt ihr Baron? Ich gehe Drake Ich bin auch hier Nein, Baron können wir nicht Drake, wir haben noch nicht genug Damage gesehen Oh, super Boah, Niko ist wieder hier Boah, die nervt Ja Ja Oh fuck, der DKD ist hier Boah, Alter Was die Böse Passt du auf, die Krim weiß Bescheid, die kommt so nicht Boom Ich kann über die Wand Ja, ich dachte, wir töten ihn dann Boah, ich bin da, ich bin da, ich bin da Boah, ich bin da, ich bin da Boah, ich bin da Boah, wir können ihn töten Boah, fuck Boah, Tower mit Jaaa Ja, lass abhauen Lass abhauen Sicherlich Boah, ich glaube, ich bin tot Boah, Volibear kommt hoch Niko fehlt Boah So, ich geh jetzt Top In Power Würde ich sagen, äh PC-Bot Wagt in die Mitte wieder zu mir Genau Ich hab meinen Lich-Bain Volibear geht Bot-Zeit Passt auf Rakan auch unten Ja Die kommen wahrscheinlich von hinten Mitte oder so Oder von hinten zu dir Ja Okay, nein, die versuchen die Mitte doch zu holen Oh, Gott Oh, Gott Haben wir ja nie mehr Komme Gib mir nur ne Sekunde zu Nein Oh, lol Oh, jetzt hat der Micha bestreckt Oh, Hackeram ist auch noch Oh, Mann, viele Wir haben ganz schön viele Wir haben ganz schön viele, was er jetzt getroffen ist, Mann Ja, wir haben jetzt auch grad nix mehr Scheiße, ey Ich klapper jetzt hier Ich hab TP Boah Ich weiß nicht, was sie wollen, Mann Aber ich mach mega viel damage Oh Gott, sie haben Dings erwischt Äh, äh, äh Double kill Easy Jetzt können wir barren eigentlich, aber Nein, wir pushen Mitte durch Nein, wir pushen Mitte durch Die sind tot Einer lebt noch Olibear noch Auf den Auf, 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 auf Wie sch мои Was? Schön das sogar benden Aah, nä, nä Nein, nein Spenden Beenden, Alter 5 Sade Watto, wo du dir erleden Sie können nu boade versuchen Hier ist Neckery mit euch Ja, Vorsicht Jan, kannst du den Roushi? Ja, weg, 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 weg Okay, stopp, Roushi Hey, danach noch die Krabbe holen und dann... Guck mal, Gold, ey Ich hol sie mir Ah, die haben surrendered, nice Was, schon wieder, Alter Bin zu heftig Immer mich jungler, weil ich mich so brutal bin Ach, Gott